John war ein gutherziger Mensch, der seine weiße und rote Katze Oscar über alles liebte. Die Bindung zwischen ihnen war unzerbrechlich, und Oscar war immer an Johns Seite, um Trost und Gesellschaft zu bieten. Allerdings gab es einen beunruhigenden Aspekt in ihrem ansonsten idyllischen Leben, die Anwesenheit eines bösartigen Hundes, der in den Straßen in der Nähe ihres Hauses herumschlich. Dieser Hund, bekannt für seine aggressive Natur, hielt sich oft in der Nähe von Johns Grundstück auf, was ihm Angst und Unruhe bereitete. An einem schicksalhaften Nachmittag, als John vom nahegelegenen Lebensmittelgeschäft nach Hause schlenderte, sah er sich plötzlich dem bedrohlichen Hund gegenüber. Ohne Vorwarnung stürzte sich der Hund auf ihn, und seine scharfen Zähne bohrten sich in Johns Hand. Schmerz durchzuckte seinen Körper, während er verzweifelt gegen den unerbittlichen Angreifer kämpfte. Mit großer Anstrengung gelang es ihm, sich zu befreien und nach Hause zu rennen, sein Herz pochte vor Angst. Als er erschöpft an seiner Türschwelle ankam, keuchend nach Luft rang, brach John zusammen. In genau diesem Moment eilte Oscar, die wachsame Katze, zu seiner Seite. Er spürte die Not seines Besitzers und schnüffelte instinktiv an Johns Hand, leckte sie zärtlich, als ob er Trost und Heilung durch seine liebevollen Gesten bieten wollte. Am nächsten Tag quälten John die traumatischen Erinnerungen. Doch John hatte Pflichten und Verpflichtungen, die seine Abreise erforderlich machten. Er musste zur Arbeit gehen. Mit all seinem Mut entwickelte John einen Plan. Mit Entschlossenheit in den Augen sprintete er schnell zu seinem Auto, warf einen misstrauischen Blick auf den Hund. Er bellte und knurrte bedrohlich, aber John schaffte es, seinen Griff zu entkommen, schlüpfte in das Schutzgebiet seines Fahrzeugs und fuhr davon. Während John mit den Herausforderungen seines Alltags konfrontiert wurde, beobachtete Oscar die Kämpfe seines Herrn mit schwerem Herzen. Unfähig, das Unrecht und das anhaltende Trauma, das John zugefügt worden war, zu ertragen, traf die Katze eine Entscheidung. Er würde die Sache in die eigenen Pfoten nehmen und Rache am bösartigen Hund üben. Im Schutz der Dunkelheit schlich Oscar lautlos durch die Schatten. Er spürte den gemeinen Hund auf, der ahnungslos auf dem Bürgersteig lag und tief schlief, nichts von der drohenden Abrechnung mitbekommend. Als Oscar näher kam, erreichte ihn ein vertrauter Geruch in seinen empfindlichen Nasenlöchern, der Geruch seines geliebten Herrn, durchdrungen von der Aggression des Hundes. Mit Erinnerungen an den Angriff in seinem Kopf übernahmen Oscars katzenhafte Instinkte die Kontrolle. Er wusste mit unerschütterlicher Gewissheit, dass dies genau der Hund war, der seinem Herrn Schaden zugefügt hatte. Mit all seiner Kraft und Entschlossenheit zeigte Oscar seine Zähne und bohrte sie in den Hals des Hundes, um den Schmerz, der John zugefügt wurde, zu rächen. Der Hund erwachte erschrocken und ängstlich durch den plötzlichen Angriff. Er jaulte vor Schmerz, während die hartnäckige Katze ihren Angriff fortsetzte, mit großer Entschlossenheit beißend und kratzend. Überwältigt von der Wildheit von Oscars Gegenangriff, wimmerte der Hund und floh in die Nacht, um nie wieder in die Nähe von Johns Haus zu kommen. Oscar hatte es geschafft, seinen Herrn zu verteidigen und die Ruhe zurückzuerobern, die ihrem Leben gestohlen worden war.